Der NABU geht auf jeden Bauabschnitt bei der A20 sofort rauf, das ist auch ein gutes Recht. Also Frau Wilms, Sie können ja gleich darauf eingehen und sagen, der Staat hat zu wenig Geld, es muss nun mal mehr Geld rausgezogen werden aus dem Straßenverkehrsbereich. Wenn man sich die Zahlen anschaut, was aus Kfz-Steuer, Benzinsteuer usw. eingenommen wird, ist es eine Menge Geld.